Der Neukirchener Erziehungsverein, einer der größten deutschen Kinder- und Jugendhilfeträger, ist auch in der Alten- und Behindertenhilfe tätig. Wie im Matthias Jurissenhaus in Neukirchen-Flühn. Gut aufgehoben sein gilt in dem modernen Seniorenzentrum. Gut aufgehoben sein, das gilt auch für den Service. Besonderen Wert wird auf das geistliche Leben im Haus gelegt. 24 Stunden für Sie unterwegs. Die Diakoniestation Neukirchen-Flühn ist für alle da, die im Alter zu Hause leben möchten, aber auf Hilfe angewiesen sind. Ein qualifiziertes Team sorgt für ein Leben in den eigenen vier Wänden. Optimale Pflege und Betreuung im Alter garantiert mit dem Neukirchener Erziehungsverein.